Hallöchen, ja... Können wir jetzt auch endlich mal... ...besuchen gehen, wieder. Schön, dass Bob auch mal wieder da ist. Hi, Bob! Na? Ah, hier hat's für mich ja früher immer so geleckt, einfach nur. Das war ein geiler Schwung, muss ich schon sagen. Ich find's gut, dass das jetzt nicht mehr so kacke leckt. Oh, ist das toll. Ah, das ist so wunderschön hier. Das ist ein Gegner. Gegner. Ja, das ist ein Gegner. Komm schon, Bob, ich bleib mal... Oh, die rennen auf mich zu. Oh nein, Bob, ich wollte dich nicht schlagen. Noch einer weniger. Du wachst, ist Bob anzugreifen? Na, 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 na. Fui Deibel. So was macht man nicht. Rolle des Chaos. Cool. Ascherhaufen. Der Ascherhaufen hat ein Schwert und ein Schild. Oh, da liegt noch jemand. Hm. Naja. Tio, wapam. Oh, fünf Dietriche. Soll das irgendwie eine Ankündigung sein? An Ostengraf. Zufällig. Muss ich eine Menge Schlösser aufknacken. Das wäre jetzt nicht so doll. Oh, da lag ein Bandit. Nicht gesehen. Nein, das wollte ich eigentlich nicht nehmen. Da hinten ist jemand. Sind wir froh, dass wir Schleichen genommen haben. Okay. Hm, hm, hm. Ah, geh nicht zum Licht, nicht zum Licht gehen. Hallo. Oh, jetzt sieht man das auch mal flüssig, wie man jemanden tötet. Ist doch schön. Ich will nur mich ein bisschen umgucken hier. Oh, das ist der selbe Weg. Oh, nee, brauche ich nicht. Was? Wer kämpft denn da? Hehehe, ich lass die mal machen. Die ist gestorben. Ah, eh. Hallo? Wieso rennt die so komisch? Wim. Ich werde heute vernichten. Genau, meinen Special Move treffe ich dann wieder nicht. Das ist so typisch für dieses Spiel. Ich sehe nichts. Ach so, da. Sagt er nicht noch? Muss ich auch noch mal ordentlich gucken. Was? Ein Drauger hat sie getötet gekriegt. Unsere beschwöre Adeptin. Oder mehr? Ne, doch nicht. Sind nur Knochen. Was ist hier? Ist ganz schön verwinkelt hier alles. Ich gucke mich nur ein bisschen um hier. Er lässt denn so viel Gold lose rumliegen. Finde ich voll ohne Sinn. Naja, okay. Soll nicht mein Problem sein. hoch. Ich wollte das Schild nicht mitnehmen. Ah ne, das ist nicht richtig. Da hinten ist jemand. Da ist jemand. Mhm. Genau, dreh dich mal um. Ach, Mosia, das Schwert zieht vorher. 19 Gold. Hey. Da ist noch jemand drin. Da geht noch jemand lang. Hey, aufpassen! Weil das hätte mich fast gesehen. Aber nur first. Wozu die Eilen? Ruhig, Mädel. Wir dürfen nicht entdeckt werden. Biatsch. Also wir dürfen schon, aber... Ich finde es wahnsinnig lustig, wenn... dem nicht so ist. So viele Tränke. Wahnsinn. Finde ich geil. Zur Not habe ich immer noch meinen Assassinengeist, den ich beschwören kann. Fustengraf. Tiefengewölbe. Wow. Wow. Wir müssen noch einmal was verbessern haben, glaube ich, wieder ein Level ab. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel zum Schleichen noch fehlt. Ah, einmal noch. Wow, schon wieder viel. Gerade erst gekriegt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber wir schleichen auch hier die ganze Zeit rum. So. Das ist schon mal klar. Den Ort hier, den mag ich... richtig gerne. Ciao. Ich glaube, man sieht warum. Die Aussicht und alles. Das ist einfach geil aufgebaut hier. Kann man nichts anderes sagen. Was ist hier? Achso, von hier komme ich. Okay. Okay. Wollen wir mal weiter gucken hier. Hier ist nix. Okay, da unten ist jemand. Ich gucke mich erst mal um. Nachher geht's runter. Okay. Für die Leute, die nicht runterspringen wollen. Jey. Wurde fast gesehen. Ich werde das gleich machen. Jetzt hat seine Zeit noch. Im Moment ist das gerade nicht so wichtig. Ich würde gerne den anderen Traur da jetzt eben... erwischen. Na, hängen geblieben. Jetzt stolziert der hier irgendwo rum? Der ist da oben. Aha, aha, aha. Hi. Na, kann ich auch gleich mal was ausprobieren? Mein Bogen ist nicht der beste. Jetzt ist er tatsächlich weggegangen. Kommst du mal bitte wieder? Ja, okay. Dann kann ich so lange nicht Stufen machen. Gesundenheit. Und? 40% schwerer zu entdecken. Das wäre somit auch erledigt. Jetzt müssen wir nur noch auf Schleichen 100 kriegen. Damit wir einen Schattenkrieger kriegen. Das hört sich jetzt dumm an. Ah, da ist er wieder. Bam! Erwischt, Bruder. Das war cool. Muss auch mal sein. Jetzt gehen wir mal hier lang. Hier habe ich ihn umgebracht. Abgeschworenen Pfeil wieder gekriegt. Schön. Zwei Wege. Da geht's nicht weiter. Okay. Dann hier lang. Die Sonne blendet mich. Das kann ich schlechter sehen hier. Boah. Ich erschrecke mich hier, ey. Nein, gib mir das Gold. Da ist der andere rausgekommen. Ey. Lass mich treffen. Danke. Die haben ein paar schöne Items immer, ne? Das finde ich ganz nett. Pssst. Hat das gerade das Tor jetzt geöffnet? Ein Tor. Wo ist der andere Griff? Weiter oben bestimmt. Oder so. Wollen wir mal den anderen Griff suchen. Hier geht's hoch. Erst mal hoch. Irgendwas Gutes hier außer dem Trollschädel. Irgendwas zum Ziehen oder so. Nope. Okay, dann geht's weiter. Oh, was du willst? Boah, das war knapp. Nee, hier gehen wir... Oder... Doch, doch, doch. Wir gehen hier lang. Wisse! Die letzte Zeit gegen mich. Ganz schön gemein zu mir. Und ein Skelett. Nicht darunter fallen. Danke, ich brauchte deine Pfeile. Da ist noch einer. Zack. Ach, ich wollte den nicht mitnehmen. Jetzt kann ich wenigstens wieder was ablegen. Ein bisschen. Ich habe noch ein paar sinnlose Sachen gekriegt. Was habe ich denn noch so hässliches gekriegt? Hälzrüstung zum Beispiel? Naja, es reicht doch erstmal. Oh, das war kein Schleichangriff. Der hat mich sofort gesehen, aber ich habe mich trotzdem one-hated. Das ist ja süß. Die haben was auf dem Kasten. Ich höre noch ein Skelett hier irgendwo. Hi. Verdammt. Ich habe ein bisschen Bock auf ein bisschen Feuer. Wir sind immer noch entdeckt. Wir sind immer noch entdeckt. Ach da. Hi. Verbrenne. Du sollst sterben. Und da unten ist ein Schrei. Da unten ist ein Schrei. Okay, das weiß ich schon mal. Nein. Ätherische Gestalt. Kann ich leider nicht anfangen. Ich habe keine Drachenseelen. Werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Auf Drachenjagd gehen. Müssen wir irgendwann sowieso noch. Innerhalb der Hauptquest. Ja. Glaube ich zumindest. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Orkische Pfeile. So schöne Items hier. Überall. Da ist doch bestimmt irgendwas hinter dem Wasserfall, oder? Bistimmt. Haha. Sag ich doch. Zumindest war er schon mal ein Gegner. Oh. Sonst ist hier nichts. Schade. Eisenschwert. Ne, das brauche ich nicht. Ein Gegner. Eine Truhe. Ja, ist ja auch ganz nett. Muss ich hier gar nicht lang? Ist ja ätzend. Hm. Dann gehen wir jetzt halt wieder hoch. Miau, miau, miau. Ich gucke heute mal, dass wir pünktlich aufhören. Weil ich noch DZ aufnehmen muss und eigentlich nicht so viel Zeit habe. Deswegen versuchen wir das mal in einem ganz schnell durchzumachen hier alles. Muss ich... Ich weiß aber echt nicht, wo ich lang muss. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich glaube, ich muss da rüber. Stimmt ihr mir dazu? Hut, 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 hut. Na komm, wir gehen mal schneller bis hin. Dieses Rätsel kenne ich schon. Es ist schon angelegt, gut. Das ist nämlich das hier. Ich werde hier gleich mit Wirbelwind Sprint durchrennen müssen. Aber... Vorher gucke ich mich ein bisschen um. Weil den Heiltrank brauche ich. Auf jeden Fall. Okay. Nein, das wollte ich nicht. So. Wie konnte ich nochmal das Schreien? Ach ja. Geschafft. Ich glaube, meine Freundin ist nicht mitgekommen. Ah doch, es ist jetzt offen geblieben. Stimmt. Schade. Beleide ich mich so oft. Das ist das voll nervig. Ich bin tätig, aber keine Druckplatten mehr. Deswegen kann ich hier ruhig durchrennen, sonst wird hier, glaube ich, Feuer kommen. Die steht noch da hinten, weil die, glaube ich... ...sonst dagegen rennen würde. Spinnen! Ihh, mumifizierte Leiche. Nein. 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 Oh, ne große. Oh, ne große. Bam. Da musste ich mal n Ausdauerschlag machen. Riesige Frostbissspinne. Lolololololololol. Auch One-Hitator. Natürlich. Holztür. Komischer Hebel. wow cool jetzt lafte notiz drachenblut ich muss mit euch sprechen dringend miet das dachzimmer im gasthaus schlafende riesen flusswald und ich werde euch treffen ein freund tatsächlich immer das horn mitgenommen ätzend hier geht es auf jeden fall raus noch aber ich glaube da lag noch ein trau ach gold nehme ich mit gib mir das what the fuck 1200 leck mich fett und 350 nett schön viel geld kann ich mitnehmen ja ich lute jetzt nicht alles hier hauptsache die hauptsache muss ich looten und dann geht das auch wieder what the fuck ist hier passiert ustengraf ich sag doch hier geht es direkt raus ja mit ustengraf wollte ich noch fertig werden in der aufnahme und das habe ich haben wir ja dann gottseidank geschafft oh nein wie sollte ich nur hier hin hier lang kommen ich glaube hier ist ein hebel aber ich weiß nicht wo danke schön hier ist auch noch irgendwas gutes glaube ich unsichtbarkeit cool und hier trank ah hier komme ich nie durch und hier ist unsere ische wieder auch süß hier können wir dann direkt rausrennen am besten oder auch nicht doch da hinten glaube ich kommen wir raus ja kommen wir und tschüss das hat ja super geklappt ich meine auch mit der zeit toll ich würde sagen in der nächsten folge werden wir uns dann anhören was unser unser freund zu sagen hat oder ob er unser horn hat ich werde eben zu bob gehen bob hi lecker bob und wir sehen uns dann in der nächsten folge von skyrim bis dahin und haut rein leute